Musik Hallo, herzlich willkommen zu Manuel im Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich sitze hier so ein bisschen, ja, döse noch ein bisschen oder, ja, genieße den Abend. Ja, sitze hier ein bisschen ruhig und, ja, genieße es einfach. Ja, nachher gehe ich auch wieder schlafen, muss auch mal wieder sein. Ja, mal am Abend die neuen Folgen, die Folge 490. Ja, da kann man froh sein und sich überfreuen, wie viele Folgen ich schon gemacht habe. Ja, erst mal einen Schluck trinken, muss auch mal wieder sein. Ach, herrlich. Der Tag war auch schon wieder lang. Seit kommt Oktober. Ja, ich bin bei Kirmes, ach Gott, dass man jetzt wieder alles machen muss. Aber ich freue mich auf Kirmes, auf jeden Fall. Da muss ich auch wieder was machen. Aber es kommt alles drauf. Gut, ob jetzt über Kirmes ein Video kommt, weiß ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall dort auch wieder was tun. Bah. Ach, so wie es halt so ist, ne? Manuel am Abend, Freunde. Ja, ihr seid gute Freunde. Gute Freunde? Ja. Gute, wie sagt man? Vielleicht sagt man nicht Freunde, sondern doch. Manuel am Abend, Freunde. Weil ja, das freut euch immer, das zu gucken. Ja. Ähm. Ich sitze hier noch ein bisschen. Und dann schauen wir mal, was Manuel am Abend noch so bringt. Noch eine ganze Menge. Sogar eine 71-minütige Manuel am Abend-Folge. 71 Minuten, 5 Sekunden und 17 Millisekunden. Ist das nichts? Das ist sehr viel. Aber auch ganz gut. Aber ich glaube auch, die einzige Manuel am Abend-Folge. Von den langen Manuel am Abend-Folgen, von den hunderter Folgen. Die wirklich so viele Wechsel hat, wie sie noch keine Manuel am Abend-Folge hatte. Bildwechsel. Und so viele Orte. Naja, man darf gespannt sein. Haha. Ah, ich soll mal nicht zu viel über die Folge reden. Ja. Auch ich muss mich jetzt wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns sicherlich morgen wieder. Ja. Jetzt einmal am Abend. Bis dahin. Und Tschüss. Tschüss.